hallo und herzlich willkommen zu einer war ohne my graffiti ist infinity mit mir mit schiller hallo wir wollten diesmal noch ein paar laser bauen dafür brauchten wir noch iron dieses hier 12 und normales iron hier und dann sollte hier etwas oder war das genau anders drum war bisschen anders drum so natürlich war andersrum eins und zwei wunderbar schauen auf dislocation das mit dem das geht mir so lange auf den zeiger sonst satire dich können wir dich können wir löschen die ist eh nicht da remove und dann gehen wir schnell einmal nach oben ist mal wieder nacht wie immer halt kurz schlafe hier rennen überall creeper und so kram rum ja 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 ganz ruhig so und dann add new stromberg stromberg komm mit und zu machen okay pass auf du ab perfekt hier waren wir drin einmal und zweimal ja im wesentlich besser jedes mal hin und her zu rennen dann waren das die redstone zwei stück also eins zwei drei vier insgesamt diesmal dann war das dieses alloy das waren insgesamt sechs stück dann und diese energy crystals hat die hat er fertig perfekt okay das hat es ja auch bloß geklappt am normalen crafting table kommen muss da gleich kann man dies decken nein kann man nicht 1212 zack zack so so was fehlt acht hier gehen die dinge aus ach du eins ist nicht mehr nochmal das da das da das da das da so habe ich irgendwas vergessen die das sind nicht dicker aus naja gut wir sind gleich sehen da hat noch so ein circuit gefehlt circuit ich glaube das waren diese advanced dinge schwupp zwei stück rein ein laser und und irgendwie nur ein mitgenommen okay alles halb so wild schmeißen wir den auch gleich rein zack zwei meinigen laser kann man auch nicht decken naja wegen mir gut wieder hoch mit uns das hier wir haben die zwei kristalle wir haben advanced machine casing haben wir noch nicht die zwei dinge haben wir das haben wir advanced advanced machine casing zack ein erstellen wunderbar so das ist jetzt ja dieses advanced das war wie waren das man hat diese iron iron ist dies gefällt oder sowas dafür braucht man einen platz dann braucht man iron fences die kriegt man indem man iron item casing extruding mode nimmt ok iron hier du mal einen halben stack 32 im extruding mode wo haben wir dich nein hier extruding zack und da müssten jetzt diese fences rauskommen richtig jup sie gut aus immer nur einer mär upgrades da fehlen uns jetzt wo sind sie denn insolid copper cable ok haben wir gleich copper cable hier zack gib eben start warte mal kurz bis bei da sind wupp perfekt so und jetzt arbeite mal ein bisschen sch sch das ist wohl zu viel gewesen so macht es doch sinn war so sieht es gut aus kompressor kommen du kriegst auch acht stück du kriegst acht stück du kriegst acht stück und dann könnt ihr erstmal hier richtig schön gas geben ähm wo waren wir denn jetzt ah gott iron scafford da waren wir glaube ich ne schwupp iron fences wupp ach da kommen immer gleich 16 stück raus ok naja ist nicht so wild gut das musste man glaube ich einfach nur hinstellen damit fliegen wir es viel einfacher äh die stellen wir da mal schnell hin äh dann brauchen wir jetzt eine äh wie heißt das ding irgendwas mit sprayer glaube ich oder spray spray genau hier dieses ding äh iron und eine wir werden wohl glass paints haben so die brauchen wir ja eh auch für die coolen flüssigkeit zack naja komm ich weiß doch jetzt schon dass es eh nicht tut das ding können wir nachher mit so einem hier füllen aber dafür brauchen wir eine flüssigkeit ähm das ähm form ich glaube dass der hier war es ne constructing form das war cf powder genau das kriegt man aus glaze sand und stone dust her ok stone dust das kriegt man wenn man da quatsch allen rein tut ok oder mit einer ohr wasching plant oder ne nur die zwei quatsch iron ohr das kriegt man wenn man eisen in dem mese raider rein tut äh wir werden wahrscheinlich keine iron blöcke haben nein ok das heißt die müssten wir kurz von hand ein zwei stück farm ich hoffe ja dass man da immer dieses zeugs rauskriegt dann komm lass uns mal kurz ein bisschen eisen fahren hier war doch irgendwo eine schlucht gewesen oder nicht oder doch na komm map lad nach du 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 wo kriegen wir es auf die schnelle eisenblöcke her das ist es dass man sowas mangelt hätte ich jetzt auch nicht gedacht ne ja hier war irgendwo ein eine schlucht ich bin mir da sicher wenn sie denn überhaupt angezeigt wird das ist immer so die andere sache lass uns mal kurz hinter dem berg fliegen ich bin mir sicher ich habe mal irgendwo eine schlucht gesehen ne hier ist aber definitiv schon wieder viel zu weit weg okay was wir auf jeden fall machen könnten ist unsere maschine sagen sie soll eisen nicht mehr automatisch verarbeiten Was aber wahrscheinlich daran scheitert, dass wir zur Zeit nichts haben, was Eisen abbauen würde. Okay. Dann lasst uns doch mal hier schnell nach Eisen fahren. Wie ging das jetzt? Ja. Ah nein. 1 und Size 9x9. Okay. Das ist jetzt etwas, was man in der Wohnung niemals machen soll. Okay, pass auf. 9x9. Und 9 tief. Und hier ist jetzt nirgendwo Eisen drin. Ernsthaft? Überall nur Kohle und so ein Kram. Äh, Cobblestone, zack, zack. Wollen wir schnell hier mal das Wasser dicht. Dass dann nichts mehr rauskommt. So, von wo kommt es hier noch was? Müsstet euch jetzt eigentlich alles dicht sein, oder? Jetzt halt. Okay, perfekt. Und. Hier ist Eisen. Perfekt. Äh. Raus mit dir. Raus mit dir. Nein. 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 Ich will nur das Eisen. Nein. Nein. Tin. Tin. Äh. Okay, pass auf. Haben wir hier noch Verbindung? Nein. Hm. Also dieses Wasser sollte auch eigentlich aus sein. So, jetzt kann es aber bitte abfließen. Hier ist Eisen, oder? Eisen. Perfekt. Äh. Du raus. Du raus. Du raus. Und die stellen wir erstmal um wieder. Eisen. 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 Ich will nur Eisen. Und wenn wir die hier haben, können wir da durchlaufen. Wir müssen hier das restliche Eisen kriegen. 43 Eisen. Perfekt. Okay. Äh. Nach Hause. Hahaha. Das war jetzt einmal ratzifatzi Eisenfarm. So. Du kriegst jetzt noch schon ein paar Upgrades. Äh. Ich klau die jetzt einfach mal hier. Schwupp. Wenn das so ein bisschen schneller arbeitest. Zack. Perfekt. Äh. Haben wir gerade irgendwas drin, was wir brauchen. Äh. Die Laser. Den Sprayer würde ich gern behalten. Äh. Die sind okay. Komm raus damit. Perfekt. Jetzt habe ich den Sprayer auch mit weggetan. Mist. Äh. Das Ding ist cool ne. Damit haben wir jetzt richtig schnell kurz gefarmt. So. Da hätten wir einmal 64 Stück. Und hier nochmal 22 Stück. Da wird jetzt wohl irgendwo Islanders 2 rauskommen. So. Wenn wir das jetzt hier reinschmeißen. Dann muss ich das sicher aufheizen. Und wenn er aufgeheizt ist. Müsste er eigentlich. Oha. 1500. Okay. Ähm. Ich klau da mal was. Wir sind ja irgendwie gerade mit diesen Dingen an mich hin und her rennen. Na gut. Bringt wohl nicht wirklich was ne. Dann warten wir schnell ab bis der warm ist. Und gucken ob wir dann den Dust rauskriegen. Na jetzt kriegt er wieder sauber Strom. Äh. Okay. Ich würde sagen. Wir gucken uns das in der nächsten Folge an. Ähm. Wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst gerne ein Däumchen nach oben an. Ansonsten ein Däumchen nach unten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erstmal. Tschüss. Ciao. Ciao. Bye. Bye. Tschöö!